So, Süleyman Bostansi, migrationspolitischer Sprecher des Stadtverbandes Mahl vom Bündnis 90 Die Grünen und seit neuestem Mitglied im Integrationsrat der Stadt Mahl, überreicht den Bundesvorsitzenden vom Bündnis 90 Die Grünen ein Buch von Sadoman Tanriverdi, das sie geschrieben hat über ihre Erfahrungen in der Migration hier in Deutschland und das erfolgreich verlegt worden ist Sadoman hat eine Widmung reingeschrieben Süleyman, kannst du das vorlesen? Das ist in Türkisch Ja, die hat unsere Ja, ich kann das doch nicht so gut Sie wünschen mir viel Erfolg, alles Gute und Glückwunsch Ja, wunderbar Lieber Cem, wir bedanken uns Und viele, viele Grüße an die Autoren Ja, okay, danke Cem Gut, danke Tschüss 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 Tschüss